Grüezi miteinander. Wir befinden uns am Originalschauplatz, wo der Bank Räuber spielt, nämlich ganz genau hier zu Zürich am Pradeplatz. Die Geschichte spielt sich hier hinten in dieser Privatbank ab. In dieser Privatbank geht es gar nicht gut. Sie hat einen engen Pass in die Liquidität und das darf natürlich auf keinen Fall irgendjemand merken, weil sonst ziehen die Leute die letzten Gelben ab und dann ist die Bank Konkurs. Um das zu vermeiden, kommen sie dann auf die Idee und überfallen die Bank vis-à-vis. Die UBS. Sie probieren das zuerst, gerade wenn es dran durchgefahren ist, maskiert durch den Haupteingang. Das geht natürlich dann schief und darum kommen jetzt auf die zweite Idee und krabbelt da ein Loch unten durch, direkt zur UBS rüber. Ob Ihnen das gelingt, so folglich sind und wissen es genau, zeigen wir euch am 26. März im Stadttheater Sursee. Wir freuen uns, wenn Sie kommen schauen. Bis dann. Flughafen